Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, hohes Haus. Ja, der Kollege Sachsinger hat im Laufe der Diskussion jetzt oder der Debatte die Wotmeldung meines Kollegen Gerald Hauser als intellektuelle Zumutung tituliert. Ein Intellekt, das kann man nachlesen. Ich versuche es noch einmal. Also ich würde einfach alle hier im Raum suchen, zusammenzuarbeiten, auf Augenhöhe zu diskutieren. Ich glaube auch, dass die Österreicher das Recht haben, einfach konkrete Zahlen, Daten, Fakten zu erfahren. Und das ist keine intellektuelle Zumutung. Und ich kann es nur noch einmal sagen, das ist ja kein Geheimnis. Quelle UK Health Security Agency. Kann man nachlesen, den Bericht. Ist auf Englisch, aber das werden Sie sicher verstehen. Ich habe auch die Mühe gemacht, das durchzulesen. Die Analyse in England ist relativ einfach. Und das ist jetzt noch einmal. Man sollte Zahlen, Daten, Fakten diskutieren. Und die Engländer haben den Vorteil, dass sie erstens bei der Impfung, wie wir alle wissen, uns einige Monate voraus sind. Und dass sie dort ein halbwegs funktionierendes System haben, Zahlen, Daten, Fakten zu erfassen. Das fehlt in Österreich zum Teil, wie wir alle wissen. Und früher waren die Neos die, die das immer kritisiert haben. Jetzt wollen die Neos auf einmal die Zahlen, wenn sie dem nicht entsprechen, was sie glauben, jetzt nicht mehr haben. Die Engländer, ganz kurz zur Erklärung, haben Folgendes festgestellt. Das kann man nachlesen. Dass es nach der Impfung sehr wohl eine moderate Differenzierung gibt zwischen Ungeimpften und Geimpften, was die Hospitalisierung betrifft. Einen moderaten Unterschied. Keinen signifikanten. Das ist eine Aussage. Was die Engländer auch feststellen im Bericht, ist ganz klar, dass sie bei den Ansteckungen keinen Unterschied feststellen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten werden es ja wissen, in England hat es ja im Prinzip seit mehreren Monaten schon keine Maßnahme. Das heißt, sie können sich dort frei bewegen. Und wenn sich in England jemand testen lässt, und das ist der Unterschied auch zur Gesamtmenge, mathematisch, dann gibt es keinen Unterschied, ob geimpft oder ungeimpft. Das heißt, ich mache einen Test, weil ich mich vielleicht krank fühle, sonst was. Das heißt, das sind einfach die Zahlen, Daten, Fakten, Herr Kollege Sachsinger, und die sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Ich gebe es Ihnen gerne mit dem Bericht oder schicke es Ihnen mit E-Mail, wenn Sie wollen. Und dann das als intellektuelle Zumutung zu bezeichnen, finde ich, dient der Sache hier im Haus nicht. Sie können kritisieren, wenn Fakten falsch sind, aber so im Bausch und Bogen einfach alles immer als Fake News oder Stimmt nicht hinzustellen, bringt uns in der ganzen Diskussion nicht weiter. Und ich sage es auch noch einmal, weil es immer wieder kommt, was war die Position der Freiheitlichen. Wir haben immer gesagt, wenn jemand für sich entscheidet, er will sich impfen lassen, selbstverständlich gerne. Wir haben nie jemanden verboten, sich zu impfen. Es war nie die Aussage, wenn Sie mir eine Aussage bringen, sage ich mir, Herr Kölper. Aber, und jetzt kommt aber das Aber. So, wir haben auch immer gesagt, das ist eine persönliche Abwägung der Risiken und der Vorteile. Und jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Und das, bitte schön, haben wir Sie selber schon erkannt. Wenn ich jetzt da heute denke, in Tirol die Landesregierung ruft jetzt auf, machen Sie vier Monate nach dem zweiten Stich den dritten Stich. Das heißt, das, was wir Freiheitliche oder ich persönlich seit Monaten Ihnen erzähle, ist jetzt durchgesickert. Die Wirkung dauert eben leider Gottes nur sehr, sehr kurz. So, aber das sollten Sie einfach ehrlich sagen. Da würde Ihnen kein Zacken aus der Krone brechen, liebe ÖVP und Grüne, sondern informieren Sie die Menschen auf Augenhöhe, was ist Sache. So, das sind die Vorteile, die man hat. Und die Nachteile sollten wir nicht außer Acht lassen. Natürlich hat diese Impfung Nebenwirkungen, teilweise schwere und man kann auch daran sterben. Es ist auch alles belegt, ist alles auch belegt. Und ich, wir sind der Meinung, ein erwachsener Mensch muss für sich entscheiden, wenn ich alles betrachte, objektiv meinen Arzt spreche, welche Entscheidung treffe ich. Wo Sie mit uns massivsten Widerstand bekommen, auch zukünftig, ich sage es Ihnen. Das ist, wenn es in Richtung Kinderimpfung geht, Kinderzwangsimpfung geht, lassen Sie unsere Kinder in Ruhe. Die Kinder sollten in diesem Bereich geschützt werden, weil es für die Kinder keinen Vorteil ergibt. So, da haben Sie massivsten Widerstand auch in Zukunft zu erwarten von uns. Und den zweiten massiven Widerstand werden Sie erleben, wenn Sie es wirklich durchsetzen wollen, in dem Pflegeberufbereich eine Impfpflicht einzuführen. Da werden Sie eine Gruppe kennenlernen, die sehr gute Gründe hat. Aus eigener Erfahrung, vor Ort, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Und die sich diese Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, auch fachlich argumentieren können. Und wenn die für sich entscheiden, Kosten, Nutzen, Risiko, meine Entscheidung ist nein, dann haben Sie das zu akzeptieren. Erstens. Und zweitens nicht künstlich das Problem der Unterbesetzung in diesem Bereich noch zu verstärken. Darauf weise ich Sie hin, ausdrücklich. Und ansonsten sind wir für eine sinnvolle Diskussion zu den Maßnahmen, auch als freiheitliche Wahn wie immer zu haben, sind wir zu haben. Aber wir fordern eine Politik, eine Corona-Politik mit Herz und Hirn. Und nicht drüber fragen und bezeichnen, wir sind alles dumme oder jeder ist da intellektuell minderbemittelt, wenn er das nicht versteht. Eine Diskussion, Zahlen, Daten, Fakten und auf Augenhöhe. Und Ehrlichkeit für die Bürger, das fordern wir ein.